So, meine Erfolgsaussichten hier in diesem Level und die Statistik wird nicht sehr gut ausfallen. Achso, ich soll wieder mit dem Boot abhauen. Achso. Daher. Obwohl, na gut, mehr als Tarnung. Alarmgeschlagen 08. Und Unschuldige? Nein, keine. Sehr gut. Yeah. Rotterdam. Ach, ich lege immer noch auf dem Tisch. Äh. Ah. Äh. Äh. Ey, meine Leber brauche ich noch. Ach, eine Kugel. Das nenne ich mal einen Operationstisch. Oh, oh. Gendarmerie. Relativ, mon vieux. Äh, kannst du es bitte rausziehen? Äh, hallo? Ziehst du mir bitte die... Die Spritze aus dem Bauch. Alter. 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 Alter! Erschieß ihn! Verdammt, mir reicht's! Meine Zielpersonen sitzen seit Tagen auf dem Präsentierteller und ich warte immer noch auf meine Waffen. Egal. Heute Nacht geht's los. Mit oder ohne Waffen. Äh, was? Wie ohne Waffen? Aber sonst geht's dir danke. Äh. Hm, das ist schon mal gut. Hier ist niemand. Gut. Aha. Wir brauchen sie in Rotterdam 47. Ihr Primärziel ist Rutger van Leuven. Er ist der Kopf eines internationalen Syndikats, das auf dem Schwarzmarkt einige pikante Fotos anbietet, die unser Kunde lieber unveröffentlicht sehen möchte. Ah, okay. Das Syndikat arbeitet mit van Leuvens Motorradbande zusammen. Unser Kunde hat schon jemanden vor Ort, einen gewissen Klaas Teller. Leider ist dieser Stümper aufgeflogen. Oder er hat die Seiten gewechselt. Jedenfalls betrachtet ihn unser Kunde als Sicherheitsrisiko. Okay. Schalten Sie ihn aus. Das ist ja gemein. Van Leuven ist mit einem Journalisten verabredet, der die Fotos in seinem Blatt abdrucken möchte. Das ist Ihre Chance. Besorgen Sie die Fotos und eliminieren Sie die Zielpersonen. Wir bleiben in Verbindung. Ja. Also Klaas Teller. Oh. Der Bandenschiff. Öl. Die Fotos sich... Gut. Sie Fotos sicherstellen und benutzen Sie die Karte, um Ihre Flucht zu planen. Okay. Ja, und ich habe keine Waffe. Ich könnte die mit Kartons bewerfen. Habe ich wirklich... Ich habe doch Waffen. Ich dachte jetzt schon... So, wo ist der Arsch? Verdammt, er ist weg. Sauber der. Aha. Der da hinten... Hat was. Das ist wohl schlauer, nicht durch das Gebiet zu laufen. Hier. Das ist aber auch ein Scheißwetter hier. Mist. Nee, doch nicht. Ich dachte jetzt grad, das wäre er sogar schon. Verdammt. Äh. Wie komme ich denn jetzt da rin? Auf der anderen Seite. Aha. Hi, Marge. Rufe. Rufe? Äh. Okay. Was ist denn hier? Ah, nichts. Das ist super. Toll. Ich dachte, jetzt bin ich mal ganz schlau. Renn zur anderen Seite. Und was ist? Und was ist? Scheiß. Na gut. Ja. Da können wir ein bisschen Zeitsiegen machen. Ein paar schöne graue Wände. Scheiß Wetter. Ach, das ist doch toll. Wie zu Hause. So, da oben war ich. Und das da oben hat mir nichts gebracht. Muss mich raten. Auf der anderen Seite wäre ich auch rausgekommen. Ja. So, hallo LKW. Hast du irgendwas wichtiges geladen? Einsatzziele nicht erreicht, was? Hä? Ach so. Damit kann ich entkommen. Ich wollt grad sagen, hä? Meine Tarnung? Ich hatte gar keine Tarnung an. Na klar. Und! Nein. Nein! Aber es Cerf ist eure Erプempelz! Das kann ich nicht depthest machen. Der Ei ist egal. Die Maine ist nicht всех gibts. Der Ei ist nicht fu apocalypse. Die Nase ist nicht wichtig. Und sie wird kaputted. Und zwar geht nicht mehr. Oh wo. Die LKnow ist devotional. F HOL WITH YES!! Rendezvous in Rotterdam. Verdammt, mir reicht's. Ja, mir auch. Alter, da ist der Wichser. Sag mal... Gut. Ja. Ach was. Langsam aber nervt das. Nein. Ich wollte Spielstand löschen. So. Der kommt weg. Ja. Der kommt weg. Ja. Einsatzstatus. Ja, ja. 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 Das gibt's doch gar nix. Sag mal. Ja. Meine Tarnung ist aufgeflogen, ey. So, sehe ich auch obercool aus. Obwohl, der hat auch eine Glatze. Vielleicht falle ich damit weniger auf. So. Ich bin zwar nicht tätowiert, aber... Wow. Gut, jetzt heißt es hier erst mal ein bisschen umschauen. Äh, dahin geht's ins Treppenhaus. Okay. Was ist denn das für eine Musik? Ist ja grausig. Mhm, da gibt's was. Uh-uh. Ja. Aber was? Was ist das, Doktor? Äh... Okay. Okay. Mal gucken, ob es hier irgendwas Wichtiges gibt. Oh, ein Fenster. Wo geht's denn da? Geht's denn da? Das Wichtiges auf dem Hof? Anscheinend. Aber nicht auf den Hof. Ach doch, da. Ich habe ja eine interessante Waffe. Das Wichtiges. Das Wichtiges. Aber nicht auf der Erde. äh, ja, super Motorräder das ist cool so, aber ich suche ja, was Sinniges da ist was Rotes das ist der erste Stock oh, gut und da ist der Keller okay, und ich wette es geht um das einzige Gebäude was hier einem Gebäude ähnelt nämlich das Gebäude achso ich könnte ja einfach mal wieder speichern oh oh gut, okay das sollte ich also wohl nicht machen ich wollte es einfach mal ausprobieren ich wollte mal gucken, was passiert da geht es gleich in den Keller weißt du was, ich gehe gleich mal in den Keller guck nicht toll, der darf raus aber ich darf nicht rein wo bin ich denn da was, warum ist denn meine Kampagne aufgeflogen? das habe ich jetzt nicht verstanden warum jetzt die Tarnung aufgeflogen ist da dürfen die Kapuzen dann gehe ich erst mal anders oh das tut mir leid, dass ich den da zerquetscht habe aber dafür konnte ich nichts hä? was ist denn los? sag mal, wollt ihr mich verarschen? wieso wieso bin ich aufgeflogen? das tut mir leid, das tut mir leid, das tut mir leid manchmal verstehe ich das nicht mit dem auffliegen lassen und so weiter was ist das? ich kapier es nicht ich kapier es wirklich nicht warum? ich verstehe das nicht wieso Ich bin tot! Ich hab jetzt die Schnauze voll. Mann! Oh, zum Safe, Leiter aufs Dach oder Zugangskarte. Ich hab jetzt die Schnauze voll. Ich hab jetzt die Schnauze voll. Hä? Warum ist jetzt in der Mitte der Raum? Das Raum ist jetzt auch so ein Zeichen. Ich hab jetzt die Schnauze voll. So? 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 Okay, also hier hätte ich mich eindecken können, okay. Auf der anderen Seite ist eine Leiter, wo ich aber nicht rankomme. Vielen Dank.